Heute gucken wir uns zusammen Game Version 1.2.3 Patch Notes an. Außerdem ein neues CS-Pad, eine neue Änderung, was droppbare Fashion-Sets angeht und vieles mehr. Ja, neuer Patch ist am Start mit einigen wichtigen Änderungen. Ich komme nochmal gleich dazu, warum das trotzdem ein bitterer Beigeschmack ist, aber es ist gut, dass diese Änderungen jetzt endlich kommen. Ich habe nicht alles gelesen, aber ein paar Sachen habe ich schon gelesen. Und ja, fangen wir mit den Fixes an. Fixed an issue where Amps could not be used during Master Quests. Also man konnte keinen Ampli-Spill in der Master Quest benutzen. Fixed an issue with applying Piercing Cards on level-reduced weapons. Also wenn man ein Level Down auf der Waffe hatte, dann haben anscheinend manche Piercing-Karten nicht richtig funktioniert oder konnte man vielleicht nicht benutzen. Fixed the clockworks back where players could make him fall into the pit. Also da ist gleich die Pit hinter dem NPC gemeint. Ob man davon profitiert hat, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vermutlich schon, sonst würde man es wohl nicht machen. Fixed an issue with clockworks attack range in easy and medium modes. Das war ein sehr nerviger Bug, den habe ich schon vor knapp einem Monat angesprochen. Also ich zusammengefasst habe, was mit dem Update nicht in Ordnung ist. Man konnte clockworks tatsächlich auf easy, auf medium vielleicht auch, auf medium habe ich ihn ehrlich gesagt nur einmal gemacht, deswegen weiß ich es da jetzt nicht so genau. Auf easy ging es auf jeden Fall und anscheinend auch auf medium. Und zwar konnte man da als Ranger, ich glaube Ranger war der Einzige, der es konnte, auf maximaler Reichweite mit Nature, hat man eine zusätzlich erhöhte Angriffsreichweite, zudem, dass man ja sowieso schon Fernkämpfer ist, konnte man quasi clockworks töten, ohne dass clockworks einen angegriffen hat. Also clockworks stand einfach rum und du konntest ihn angreifen und er hat nicht darauf reagiert. Das heißt, du konntest einfach angreifen und dann AFK gehen für 20 Minuten oder wie viel auch immer. Das heißt, dein Equipment hat auch quasi keine Rolle gespielt. Du hättest ihn quasi komplett ohne Buffs, ohne alles machen können, sofern du ihn innerhalb von 60 Minuten tötest. Also schon ziemlich crazy, ein extrem massiver Bug eigentlich. Und ja, endlich ist der Fix da. Der weitere Fix, den ich auch angesprochen habe, das waren so meine Main-Punkte beim letzten Mal, als ich das Update und alles drum herum kritisiert habe. Auch jetzt erst gefixt, leider. Fixed a Bug that cost the easy mode of Meteorica and Red Meteorica to do too much damage. Also easy Meteorica, vor allem Red Meteorica, war halt so, dass der eigentlich genauso stark war wie der Hard Meteorica, beziehungsweise halt ein bisschen schwächer vielleicht, aber definitiv viel zu stark, weil es war quasi die Reihenfolge der Stärke war quasi Medium, war der schwächste, oder ja, war der schwächste, jetzt ist er gefixt, war der schwächste, dann easy und aber eigentlich fast auf der gleichen Stufe Hard, zumindest was diese Special Tags anging, also da konntest du selbst mit 13.000, 14.000 AP die nicht tanken, was für Medium zum Beispiel ausreicht, aber für easy nicht, also wo ist da die Logik gewesen? Also einfach nur crazy und auch das jetzt endlich gefixt. Fixed an issue with the cartoon texture of Purple-Dew-Karta-Mail-Set, fixe Dungeon-Card-Quests not being repeatable, das war auch ein huge Bug. Man konnte quasi die Dungeon-Quests, also man hat jetzt da diese neuen Quests rein, die man wiederholen kann, tötet Dungeon-Boss auf Schwierigkeit XY 50 Mal und du kriegst eine Sockel-Karten-Box sehen gebunden für diese Schwierigkeit, also zum Beispiel für A-Karten, für B-Karten, für C-Karten, D-Karten. Und das hat nicht funktioniert, im Sinne von, du konntest die Quests quasi einmal machen und dann konntest du sie nicht nochmal annehmen, was eigentlich der Sinn davon war, dass du das quasi als permanente Belohnung eingebaut hast, damit Dungeon-Runs sich immer zu einem gewissen Grad quasi lohnen und das war eben nicht der Fall, weil man sie nicht repeaten konnte, man konnte sie nicht nochmal machen und das ist jetzt auch endlich anders. Hat mich persönlich zum Glück nicht betroffen, weil wir haben so wenig gefahren, dass ich es tatsächlich nicht geschafft habe, auch nur eine einzige Quest abzuschließen, also die D-Karten-Quest, aber andere Leute hat es bestimmt gestört. Fixed-Ebucked-Cost-Incorrect-Quest-Text in some windows. Vielleicht ist jetzt endlich der Master-Quest-Text behoben, der seit auch über einem Monat komplett verbuggt ist. Fixed-Ebucked-Icon in the Message-Window would be positioned incorrectly. Fixed-Ebucked-Quest-Dialog-Texts. Fixed-Ebucked-Item-Descriptions. Fixed-Ebucked-Aspot-In-Darkened-City-With-Missing-Water. Fixed-A-Bucked-With-The-Duration-Display-Of-Explog-In-The-Item-Duration-Window. Und Fixed-A-Bucked-Causing-Weird-Behaviour-With-Message-Lange-Items. Ja, also die unteren Punkte waren jetzt nicht mehr so relevant, deswegen habe ich es jetzt auch nicht mehr wirklich übersetzt. Die haben wahrscheinlich auch nur ganz wenige Leute betroffen. Also im Endeffekt, die Main-Punkte waren quasi die beiden hier, der Meteoronica und Clockwalks-Buckfix. Beide, also der Clockwalks-Buckfix war quasi spielerfreundlich, aber natürlich auch irgendwie unfair, in Anführungszeichen unfair. Oder halt abusable auf jeden Fall. Für Leute, die quasi eigentlich zu schwach sind für Clockwalks. Und Easy Red Meteoronica, weil ich sehe gerade, das ist der Fall, ich habe das Fall schon markiert. Und Easy Red Meteoronica und auch Easy Meteoronica natürlich. Wobei Easy Meteoronica tatsächlich, Meteoronica, ich weiß gar nicht, viele Leute haben den, glaube ich, vergessen, dass der überhaupt existiert. Also den farmen, glaube ich, gar nicht mehr so viele Leute. Also ich habe zumindest noch nie jemanden gehört, der sich beschwert hat über Easy Meteoronica. Easy Red Meteoronica war halt so ärgerlich, weil halt noch eine richtig gute Questreihe mit ihm endet und man ihn zwingend dafür töten muss. und das quasi diese Questreihe gegatekeept hat, dieser Bug sozusagen. Und ja, trotzdem muss man sagen, es ist traurig, dass es weit über einen Monat gedauert hat, weil meiner Meinung nach sind das immer noch, und ich sage es wieder, es ist gut, dass es jetzt gefixt wurde und ja, ich würde es nicht ewig noch drauf rumreiten, ich sage es jetzt noch ein letztes Mal und dann ist gut. Aber warum zum Teufel hat das eineinhalb Monate gedauert? Das sind beides heftige Bugs gewesen, die das ganze Gameplay mehr oder weniger für manche ruiniert haben, wie zum Beispiel der Easy Mode von Meteoronica. Ja, das war ein Höllentrip, sage ich mal, diesen Dungeon. Weil du denkst dir, du gehst auf Easy rein und kriegst so heftig auf die Fresse, dass du nicht mehr gerade stehst. Also ich glaube, mein Blade hat zu dem Zeitpunkt über 10% verloren, als wir den gemacht haben, weil wir einfach nicht wussten, dass er so stark ist. Wir sind reingegangen und dachten uns, okay, Easy Red Meteoronica muss ja schwächer sein als der eigentliche Meteoronica von vor dem Update. Und wir wurden komplett zerlegt, weil wir es einfach nicht wussten, dass er so stark ist. Und du konntest auch nicht wirklich was dagegen machen, weil selbst mit Power-Ups und so hat er dich immer noch gewonshottet teilweise. Selbst mit 13.000, 14.000 AP hat er dich immer noch gewonshottet. Also absolut crazy. Und dafür eineinhalb Monate ist halt schon krass. Vor allem am ersten Tag wurde das quasi bemerkt, dass das nicht funktioniert. Und dann eineinhalb Monate warten, muss man ja wieder sagen, was ja wirklich ein ongoing Problem ist anscheinend bei Gala, ihre Prioritätenliste. Also solche Sachen, die ja wirklich Gameplay, absolut Gameplay relevant sind, sowas darf nicht eineinhalb Monate dauern. Das ist ein Hotfix. Sowas müsste eigentlich, drei, vier, fünf, sechs Tage nach dem Update müsste kommen, Hotfix, Maintenance, Server down für 30 Minuten, Bugfix, Easy Meteoronica ist jetzt nicht mehr so stark, weil das nicht so sein sollte. Aber eineinhalb Monate, finde ich, ist einfach nur frech. Für so eigentlich auch eine kleine Änderung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt hier irgendwie zehn Stunden investigative Arbeit geleistet wurde und dann nochmal zehn Stunden irgendwie Coding dahinter steckt. Ich denke mal, das war eine Änderung von fünf Minuten. Höchstens. Und dann vielleicht noch ein bisschen testen, ob es wirklich funktioniert. Aber an für sich kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine riesen Änderung war. Deswegen bei aller Liebe kann ich es immer noch nicht nachvollziehen, warum das so lange gedauert hat. Aber gut, ist Geschichte. Es ist jetzt gefixt. Man kann es nicht mehr ändern. We are moving on. Added Treasure Chests to all Instance Dungeons, which can contain Essential Boxes, Element Attack Boxes, Pill Boxes and Rainbow Cotton Candies. Also eine zusätzliche Belohnung für Dungeons, die man dann vermutlich auch, also gedacht ist wahrscheinlich so, dass man diese Items dann auch direkt verwendet vermutlich. Und ja, hört sich ganz nice an. Kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Also wie viele Items man bekommt, was die Chancen sind und lauter so, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Und deswegen, also hört sich gut an, aber mal schauen, wie gut es tatsächlich ist. Added Safe Zones outside all Instanced Dungeon Entrances. Dass man da quasi nicht mehr von Monstern gegriffen werden kann, ist auch nice. Beziehungsweise, dass die Monster automatisch weglaufen, wenn sie diese Zone betreten. You can now transmute Visual Cloaks only with other Visual Cloaks. Ist noch nicht so hundertprozentig, weil Cloaks einfach nervig sind, wenn sie Platz wegnehmen. Aber okay, ist ein Anfang, I guess. Added a blank visual cloak to the St. Morning NPC Lean. Wo man dann quasi den anderen dann drauf skinnen kann, sozusagen. Significantly raised cosmetic item drop rates from bosses. Das ist tatsächlich eine interessante Änderung, weil eigentlich, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Es betrifft nur die Bossmonster, schon klar. Aber das Problem, was ich die ganze Zeit mit Skins schon habe, also gut, mein grundsätzliches Problem mit Skins, habe ich letztens in einem extra Video schon erklärt, warum ich Skinsystem in Life Universe nicht mag. Aber darf man abgesehen, finde ich, es ist eigentlich schade, dass Skins so wenig wert sind. Also fast alle Skins, vor allem Open World Skins, sind eigentlich komplett wertlos. Und selbst die Skins in den Dungeons werden immer wertloser. Viele Leute haben halt auch einfach kein Interesse an den Skins, muss man halt wirklich sagen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sie so wenig wert sind. Aber auch, weil sie einfach zu schnell gedroppt wurden. Also ich sage nur, der Caveman Knuckle, nee, so heißt er nicht, Gorilla Knuckle, oder wie auch immer er heißt, auf jeden Fall der leeren Chasm Knuckle von den Gorillern, der war innerhalb von zwei Wochen oder so von 100 Mio auf 20 gedroppt. Und mittlerweile kostet er noch so 2, 3, 5 Mio, sowas in dem Dreh. Okay, also letztens habe ich ihn für 5 gesehen und gestern glaube ich nochmal für 7. Also der ist im wenigen einstelligen Mio-Bereich, genauso wie Open World Skins, die man von normalen Monstern droppt. Also komplett irrelevant. Und die einzigen Skins, die was wert sind, sind die von den Bossmonstern. Und von denen haben sie jetzt significantly, also stark erhöht, oder deutlich erhöhte Droprate, jetzt von den Skins von den Bossmonstern. Das heißt, die einzigen Skins, die was wert sind, oder die wirklich selten sind, die man wirklich haben will, weil sie kein anderer hat sozusagen, die haben sie jetzt unseltener gemacht. Das heißt, sollte man das jetzt jemals droppen, oder wenn man es jetzt droppt, freut man sich gleich deutlich weniger drüber, weil man genau weiß, schnell verkaufen, weil in ein paar Wochen wird es auch wertlos sein. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Also, ja, es ist nicht schlecht, weil die Skins teilweise gar nicht existieren, wahrscheinlich, aber zeitgleich zerstört es heute auch wieder die Value irgendwie von dem Item. Other Players can no longer pick up Quest Item that drops if another's Inventory is full. Also, Quest Items konnten von anderen Spielern aufgehoben werden, also Quest Quest Items, wenn der andere ein volles Inventar hatte. Eine Option wurde hinzugefügt, wo man Captions inside the Guild Siege Arena deaktivieren konnte. Dungeon Bosses should no longer reset their health once they tanked, dies or any other scenario. Das ist auch eine huge Änderung. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, in der ersten Woche oder zweiten Woche oder so, haben wir mal Stormpeak gemacht, sind wegen einem Bug, also da wurde quasi der Boss-Skill wurde nicht angezeigt und hat dann auch irgendwie doppelt gehittet oder irgendwie so, das war ganz komisch, also war sowieso schon ein Bug und dann ist unser Tank deswegen gestorben und dann hat der Boss reset und das war der einzige Grund, warum wir den Dungeon nicht geschafft haben, das war super ärgerlich. 50 Minuten plus weg, sehr viele Power-Ups verwendet von 8 Leuten und halt keine Belohnung vom Boss, also quasi 50 Minuten Time-Waste plus sehr viel Geld verloren und natürlich auch einfach angefressen, also einfach eine unlucky Situation und das soll jetzt wohl nicht mehr passieren können, also auch huge, sag ich mal, was auch einfach unnötig ist, muss man wirklich sagen, also ich meine, selbst wenn man mal jemand stirbt, okay, aber das Sterben an sich ist ja eigentlich schon Punishment, ja, ich meine, du stirbst, Power-Ups laufen weiter, alle verlieren XP, es dauert ewig, bis die ganze Gruppe wieder lebt, also wenn der Tank stirbt, meine ich jetzt, sterben ja meistens dann auch mehr ist nur der Tank und du hast da eh so ein riesen Fiasko, wenn das passiert eigentlich, das ist ja eigentlich schon fast Strafe genug und dass dann der Boss komplett resettet, das ist einfach nur fies, kann man sagen, also gut, dass das jetzt nicht mehr so ist, dann noch eine krasse Änderung eigentlich für viele wahrscheinlich, Low, Scroll of S-Product no longer uses the Pity System, wundert mich, dass sie das jetzt noch geändert haben, weil das ja wirklich am Anfang wurde das fett getrash-talkt, in letzter Zeit habe ich irgendwie gar nichts mehr über Low S-Product Beschwerden gehört, wahrscheinlich, weil es einfach mittlerweile jeder hingenommen hat, dass Low S-Product jetzt einfach auch ultra ätzend sind, das ist jetzt wieder anders, also man kann jetzt wieder in 5 Trials quasi von 1 auf 5 kommen, äh, von 0 auf 5 kommen, theoretisch, ähm, ja, heißt nicht, dass es oft passieren wird, aber es könnte passieren, was mit dem Pity System nahezu unmöglich war, möglich schon, aber deutlich unwahrscheinlicher, Edit a new event menu to the main menu to display the ongoing events, also ein neues event menu bekommen und das war im Endeffekt der Patch, also eigentlich auch wieder nichts gigantisches, also größtenteils auch wieder eher kleine Änderungen, würde ich sagen, ein paar wichtige, richtige, große Änderungen, aber jetzt nichts gigantisches, sag ich mal, aber all, also sag mal so, wenn diese Patch Notes vor einem Monat gekommen wären, hätte ich gesagt, okay, damn, let's go, aber, hat jetzt halt einen Monat länger gedauert und deswegen, gut, schwamm drüber. Dann haben wir ein weiteres und ich kann's, ich konnte's ehrlich gesagt nicht fassen, als ich das heute gesehen habe auf Facebook, ich konnte, ich hab mir wirklich, ich hab mir wirklich meinen Augen nicht getraut, sie haben noch ein Oster-Event, äh, Oster-CS-Set hinzugefügt, noch eins. Ostern war vor freaking drei Wochen, ich weiß nicht, ob das Gala nicht bewusst ist, dass Ostern nur ein paar Tage sind und dann ist vorbei, keine Ahnung, irgendwie wissen die das anscheinend nicht, sie haben einfach noch ein Oster-Event gemacht, das ist auch verdächtig, gut, ähnlich mit dem alten Set will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber warum? Also, zugegebenerweise, das weibliche CS-Set sieht actually pretty good aus, das wurde auch groß gelobt, das ist männlich jetzt nicht so sehr, soweit ich weiß, aber trotzdem stellt sich die Frage, warum zum Teufel wurden jetzt dieses Jahr schon fünf oder sechs Hasen-CS-Sets released, oder nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr war glaube ich auch noch eins, also es gibt jetzt so viele Rabbit- und Hasen-CS-Sets in dem Spiel und die Frage ist einfach nur, wieso? Oh, also ich meine, ja, es ist das Jahr des Hasen vielleicht und so, aber es heißt ja literally Oster-Event, oder Oster-Magic-CS-Set heißt das, oder Oster-Magic-Speed-Set, was auch immer, also es ist irgendwie absolut crazy und ich finde es wieder crazy, also mein Hauptproblem mit den Speed-Sets ist einfach, dass es quasi mittlerweile, by the way, auch acht Sets, vorher waren es immer sie, nee, Moment, zwei, vier, sechs, acht, nee, doch, passt schon, ich habe mich fast verzählt, achso, nee, Moment, es ist doch anders, Moment, stimmt, es sind acht, ich wollte eigentlich, nee, sieben wäre schon richtig gewesen, es sind jetzt so ja acht, Moment, ist mir gar nicht aufgefallen, es gibt jetzt zwei Zweier-Sets, ein Vierer, ein Sechser, zwei Achter und zwei Zehner-Sets und sie sehen alle gleich aus, ich verstehe es einfach nicht, beziehungsweise, stimmt nicht, ein Set unterscheidet sich stark von den anderen und zwar das 2% Speed-Set und es ist sehr oft, dass das 2% Speed-Set, letztes Mal war es beim Future Runner Set, war es glaube ich das 4% Set oder das 6% Set, aber auf jeden Fall nicht das Achter und nicht das Zehner, also nicht die guten, sage ich mal, jetzt wieder das 2% Set, das hier raussticht und ich frage mich einfach, wieso, warum macht man nicht von 1% Sets, die Stop it gibt, 1% das raussticht, also ich finde halt, das sticht halt richtig raus, das sieht richtig gut aus, allein schon die Hasenohren haben eine andere Farbe, also komplett alles hat eine andere Farbe, alle anderen sind quasi identisch, nur die Schleife hat eine andere Farbe, dann auch hier, das Kleid ist anders zweifarbig als alle anderen, alle anderen Kleider sind quasi weiß als Grundfarbe und dann haben wir hier die quasi zweite Phase oben drauf, so als Überzug und nur dieses Kleid hier oder dieses Outfit ist komplett anders, also fast einfarbig, aber eben nicht ganz, also schwarz und, boah, keine Ahnung, braun oder was auch immer das darstellen soll, keine Ahnung, aber ja, das meine ich halt und ich verstehe halt nicht, warum man das nicht mit mehreren Sets macht zumindest, dass man zumindest ein kleines bisschen mehr Variation hat, aber du hast halt ein Set, das raussticht, das ist das Schlechteste von den reinen Werten her, was wiederum gut ist an für sich, weil wenn man skinnen will, man will ja kein 10% Speedset skinnen, keine Frage, aber gut, würde man auch nicht mal wieder sein vertragen, aber ja, also keine Ahnung und gut, das männliche Set finde ich persönlich überhaupt nicht schön, fand das letzte auch nicht schön, das Easter Gambit Set fand ich auch nicht schön, wenn man quasi zweimal ein, naja, Oster C-Set für May-Character, das wahrscheinlich wenige Leute interessiert, ähm, genau, ich denke, das weibliche C-Set wird sehr krass gekauft werden, deswegen ist wahrscheinlich doch wieder ein Verkaufsschlager, aber, naja, auch ein blinder Designer findet mal ein Korn, I guess, oder ein gutes, gut aussehendes C-Set, maybe, weil man sagen muss, die weiblichen C-Sets sehen immer besser aus als die männlichen, aber gut, meine Meinung nur, als nächstes haben wir hier noch eine neue Info zu droppbaren Fashion Sets beziehungsweise Cosmetic Sets sind es ganz genau gesagt, von Monstern und wir können hier voten, Cast your vote to this message to decide what fashion will drop next, das heißt, wir haben eine Auswahl von drei Fashion Sets und können jetzt selbst bestimmen, welches das nächste ist, also ich meine, es ist, denke ich mal, allen klar, dass alle Sets kommen werden, aber welches als nächstes kommt, wird quasi jetzt bei, ähm, bei der Abstimmung, unter Announcement ist das übrigens, also ganz oben bei den offiziellen Nachrichten unter Announcements, kann man jetzt eben abstimmen, ich habe für das erste Set gevotet, aber es wird wahrscheinlich das Carrier Bomb Set, ich finde beide gut, ähm, und genau, some of these new items will have special variations that drop only from giant and violet monsters, take on the more challenging enemies for a chance at the rarest fashion pieces, also im Endeffekt das gleiche System, das wir jetzt schon haben, mit Mushpoi Cap von normalen Mushpois und dem Giant Mushpoi Cap vom Giant Mushpoi so ungefähr, kann man sich das wohl vorstellen und wir haben natürlich noch bessere Screenshots, weil das sieht man natürlich überhaupt nicht, ah, nur noch kurz hier genau, Carrier Bomb ist One Staff Back, ähm, Muffin Set ist, äh, One Hand, äh, Mercenary Weapon quasi und Two Hand und Mushpoi ist, ähm, Branch Assistant, glaube ich, Flügel, beziehungsweise ein Cloak, genau, und Staff und Knuckle haben wir dann hier noch, also das hier ist der Staff, das ist quasi, also den finde ich auch wirklich richtig cool, muss ich sagen, ähm, ist quasi eine Bombe mit, mit hier so ja, Zeitzünder, die sogar brennt und, äh, mit dem Rucksack noch, mit dem Dynamit Rucksack da und das ist der Wand dazu, also ich finde den Wand tatsächlich nicht so cool, weil er irgendwie, ja, keine Ahnung, sieht irgendwie komisch aus, ich finde den Staff cooler und dann haben wir hier noch hier diesen Suppenlöffel von Muffrin und den richtig langen Suppenlöffel eben für Nights und dann haben wir hier den Staff von den Mushpoil, den finde ich, der ist halt einfach, also ich meine, da kann man jetzt sagen, was man will, ich meine optisch ist er jetzt nicht so hammergeil, sage ich mal, ist relativ langweilig von den Farben her und so, ähm, sieht vielleicht besser aus, wenn die Pilze rot wären, aber gut, es gibt ja wahrscheinlich noch eine andere Variation von diesem Skin, wenn ich das richtig verstanden habe und ja, aber es sieht einfach so komisch aus, also so unique, sage ich mal, dass man irgendwie sagen muss, okay, ist irgendwie trotzdem ein bisschen faszinierend, weil es halt einfach von diesem klassischen Staff-Stab-Design einfach weggeht, also schon ziemlich cool eigentlich und das ist der Mushpoil Knuckle, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen ranzoomen, den sieht man irgendwie nicht so gut in der Position, ähm, ist halt im Endeffekt die Faust von einem Mushpoil, kann man sagen, also ich würde sogar fast behaupten, die haben literally den Arm von einem Mushpoil hier abgeschnitten und das ist quasi der Arm von einem Mushpoil, ja, nicht ganz vielleicht, aber, ja, ähm, ja, ist ganz cool, ähm, wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, es gibt jetzt dann quasi einen Mushpoil Cloak, mehrere Mushpoil Waffen, den Mushpoil Head, Hosen Suit, Gowns und Boots, also ich meine, ich finde das, ich finde diese Idee eigentlich ganz cool, dass man jetzt diese Monster-Themed CS-Sets hat, beziehungsweise, ja, Sets einfach, also Waffen und so, ja, ist ja egal, diese Skins einfach, und, aber es gibt ja zum Beispiel von Asmo dann, gibt es halt das volle Fashion-Set, also von dem Secret Room, ähm, Endboss gibt es dann volles Fashion-Set und gut, vielleicht kommt das noch, ich meine, keine Frage, vielleicht kommt das auch einfach noch, ähm, aber ich finde es cool, wenn halt jedes Mob dann quasi das Skins droppt, dass du dann quasi ein komplettes, eine komplette kosmetische Linie quasi hast, also eine komplette Fashion-Line sozusagen für dieses Monster, also das finde ich persönlich ein bisschen cooler noch, also dass du dich halt wirklich in eine Carrier-Bomb sozusagen oder in einen menschlichen Carrier-Bomb verwandeln kannst, dass du dich in den humanoiden Maschpoi verwandeln kannst und so, also, wie gesagt, dieser eine Schritt weiter noch, noch die restlichen Teile hinzuzufügen, fände ich noch ganz nice, ähm, dass er diese Roleplay-Atmosphäre sozusagen, äh, dann in den, also noch weiter in den Vordergrund rücken kann, also ich finde es cool eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, und wenn sie da noch theoretisch irgendwann mal zu jedem Monster was hinzufügen, gut, jedes Monster wird es vielleicht nicht werden, aber zu den meisten Monstern, dann wird es mir irgendwann so viel Variation geben, dass es schon echt cool ist, bringt mir persönlich natürlich nicht so viel, weil ich immer noch hardcore gegen dieses Skin-System mit dem Account gebundenen bin, aber vielleicht ändern sie auch das irgendwann mal, wer weiß, und, naja gut, selbst wenn nicht, ich meine, irgendwann wird man wohl einfach mal was skinnen müssen, außerdem, ähm, wie gesagt, das Fashion-Set für die weiblichen Characters ist ganz cool, ähm, ich weiß nicht, ob Gala das weiß, ich kann ihnen ja hier vielleicht mal einen Tipp geben, aber in FLYFE PC war es grundsätzlich so, dass alles, was stark an Anime erinnert hat oder halt wirklich schön designt war, vor allem, was bei weiblichen Charactern die Frisur oder die Haare anging, aber auch bei männlichen Charactern tatsächlich teilweise Anime, also zum Beispiel diese Bunny Yukata-Sets, kann ich noch kurz sagen, vielleicht, die gibt es glaube ich auch in FLYFE Universe mittlerweile, wir haben so viele Bunny CS Sachen, das ist crazy, das ist echt übertrieben, also wenn sie dieses Jahr noch mehr Bunny Zeug releasen, dann muss es, es muss aber echt mal gut sein, würde ich sagen, und, ähm, da kann man aber wie gesagt sagen, in FLYFE PC historisch gesehen, solche CS jetzt haben sich immer verkauft, die warme Salmon, als wenn du dein Character irgendwie ein bisschen mehr Anime-Lookalike oder halt so eine richtig schöne Frisur für einen Anime-Character geben konntest, das waren immer die Verkaufsschlager und, naja, genau das haben sie hier mit dem weiblichen CS basically gemacht, einziger Nachteil ist, dass du die Bunny Ohren halt immer dabei hast, die kannst du nicht abmachen, die gehören dazu, ja, das ist der einzige Nachteil, aber ansonsten ganz cool und eine kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist die Brosche, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, vermutlich nicht, aber die Brosche von dem CS Set, also würde ich jetzt sagen, vielleicht ist er auch pink, aber für mich sieht das einfach aus wie schwarz, rot, gold, Deutschland, 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 wir sind quasi in dem CS Set verewigt, dieses CS Set ist das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, würde ich dazu mal sagen, Kappa. Naja, danke euch jedenfalls fürs Zuschauen, es kommt noch ein extra Video über die Events, es waren jetzt heute relativ viele Neuigkeiten, wieder auf einen Schlag, deswegen, ja, nochmal ein extra Video zu den Themen, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Flyve Universe Video wieder, bis dahin haut rein und ciao, ciao.